Ja, das Wiedersehen mit der alten Wohnung. Das Gebiet war nicht schlecht, aber eben zu weit weg von euch, das war dann ein bisschen unsinnig. Ja, das ist wirklich ein bisschen sehr weit weg, ja. Ja, das ist zu weit weg. Ich habe mir schon, dass die Karte so wieder ist. Um auch mehr habe ich mir schon Kopf gemacht. Das ist hier die erste Base gewesen, hier. Das ist die erste Base. Set-Schöle, ja. Oh, jetzt müssen wir alles nämlich mitmachen. So eine Set-Schöle wurde bei mir vom Kanu einfach weggefluckt. Oh, guck mal, das Schöle ist, guck mal hier, stell dich mal hier auf den Berg, guck mal, so einen tollen Ausblick, man hier hat. Und normalerweise ist alles immer voller Dinos hier gewesen, aber irgendwie seit dem letzten Patch gar nichts mehr. Hier waren alles mindestens zwei oder drei... Oh, das sind schon alle gefressen worden. Brontosaurus und alles. Und die T-Rex kam übrigens immer hier vor mir, wo ich gerade hingucke, aus dem dicken Wald hier vorne, kam der immer so raus und... Und da unten ist deine zweite Bude, oder was? Das ist eine Fischerhütte. Die zweite Bude habe ich hier vorne mit dem Grave gebaut, hier, wo ich gerade hingucke. Da gehen wir jetzt auch noch hin, gleich. Erst mal gucken hier nach dem T-Rex-Ei. Wo ist ein Schest hier? Markus ist gerade noch gefunden, da rein. T-Rex-Ei, muss ich... Wattest du einen Grill? Grill, Grill, Grill. Campfire ist unten. Alter, ich hab eben schon was... So... Hier ist kein T-Rex-Ei. Gleich dabei. Oh, ich hab das Fleisch. T-Rex-Ei, das hält... Der Hau, wenn man dann raus will, wenn ich nicht kann, das geht mir auf den Sack. Junge, Junge, es geht jetzt nicht raus. Kack mir in die Bude, Junge. Kommst du mit? Wegst du? Ich kann schön platzen. Ab in die Hürte. Guck ich nur mal ganz kurz in dem Holzhaus noch ganz kurz gucken. Wir haben uns dann irgendwann verzogen, ein bisschen. Von der Ecke dort hinten, weil da kamen ziemlich viele Saurier immer da vorn hin. Das hat uns ein bisschen genervt. Und für die Position ist die hier besser gewesen. Haben wir hier das Holzhaus hinter dem Stein gebaut. Hier hinter dem Fels. Das ist unser erstes Holzhaus. Oh. Wo ist denn der Scheiß-Ei? Noch nicht ein Tier gesehen momentan. Ach, wo ist die extra? Ach, Wixi, da kommt irgendwas, glaub ich, zu dir hin. Dass ich grad so die Tür richtig sehe. Ich bin bei Dex oben. Äh, bitte meine ich. Entschuldigung. Hey. Weiß nicht, warum. Es liegt, glaub ich, an den Scheiß-Wegen. Der Spuckteufel. Da ist so ein Spuckteufel. Richtig. Ja, auch schon Klaus-Klaus-Klaus vor der Bude. Ja, ja, das ist Klaus-Klaus-Klaus-Eins. So, wie gesagt, äh... Wird das Eis weg? Ja, drei Tage hält das. Wie lange bist du schon bei uns? Ach so, drei Tage insgesamt hält das, stimmt ja. So war das ja. Drei Tage wach. Okay, dann können wir gehen. Okay, dann können wir gehen. Wenn ich weiß auch nicht, was passiert ist. Äh, ganz plötzlich nach einem Patch kamen, waren alle Dinos hier weg. Alle Male. Und nur noch einzelne Dinos hatten wir hier gehabt. Ups, das ist ein bisschen tief hier. Ja, schöne. Ich weiß nicht, dass ich schon gesagt habe, dass ich die Schutzhinte kann. Ne. Hier geregelt. Wir sind die Waffenbauer. Wo Markus immer noch das größte Ding bauen kann. Der scheißer Bruder. Ich glaube, da kommen sie angelaufen. Die haben ganz gut was im Flip gebaut. Ein Spuggi hat er. Halt gemacht, der Junge. Du hast eigentlich keinen, äh, Haltpike. Wer, ich? Wahrscheinlich. Na, ist so teuer. Gut. Die ist kaputt. Alter, die hält doch sehr viel aus. Auch nicht probieren. Ja, ich kann nicht. Ich bin jetzt kaputt gegangen. Ja, ich kann nicht. Eher mit der Axt draufhauen, dann kriegst du mehr raus. Ah, weißt du schon. Okay, Winter, wir können fahren. Die Fahrt war ja wirklich ganz, äh, recht schnell. Also könnt ihr euch noch den Weg merken hier, zunächst, zu dieser Höhle hier. Weil die würde ich gerne mal... Ich würde auch nicht nochmal hin. Da gibt's nicht. Aber wir können doch jetzt, wenn wir hier sowieso schon, weil wir sind unterwegs, oder bitte musst gleich los, ne? Wir könnten doch da jetzt nochmal, ne, weiß ich hier, ne, ein anderes Stück Insel. Also, weil hier war jetzt ja nichts los. Aber wir müssen allerdings, wenigstens Metall oder so mitbringen hier. Oder nicht? Oder jetzt zurückfahren. Und sagen. Das waren das gute Benzin. Aber was war das denn jetzt gerade hier? So, nochmal hoch hier. Alle da. Warte, die wollen, die wollen gerade eigentlich nur aufs Dach. Ah. Was ist denn los? Warte, aufs Dach. Bring mich hier nachts Pilz noch zu saufen, du. Ihr seid die Holtkinder überhaupt. Hn-Gibber. Bitte weiß das. Ich kann das auch, ich kann das komplett, die ganze Fahrt durchhalten. Ich hab das letzte Mal mit dem Bitte gemacht. Der Ole ist voll, voll an die Decke gegangen. Und, wer war noch, der Grave war noch dabei und war noch, wer war eigentlich noch dabei? Da war noch noch jemand dabei, der, der hat auch gesagt, das ist bekloppen. Irgendeiner muss doch die Tiere mitgenommen haben. Der Ohr hat die Tiere mitgenommen. Aber da war noch jemand dabei. Grave? Naja, hier, Said. Nee, der war nicht dabei. Achso, nur die Tiere von Said, oder was? Nur die Dodo. Er war im Sinne mit dabei. Mit diese Fussel und Dussel. Wenn ich das Let's Play hochlade, das sieht so brutal aus, wenn die gefressen werden. Guck mal, der Delfin. Hast du gesehen, wie der aus dem Wasser gesprungen ist? Das sieht gut aus, wenn die hier rausspringen. Gut gemacht haben die das. Ist das hier links, die Insel? Nee, wo wir letztes Mal Metall gesucht haben. Ja. Hier die? So weit hat die Gefahren? Ja. Aber Wichsi ist mein Zeuge. Das sind Delfine, äh, nicht Delfine, das sind Art Thunfische oder sowas. Die greifen nicht an, wenn du in Wasser bist. Die mit dem Spitzen Maul. Und es gibt welche, die greifen nicht an. Übrigens, äh, Oh, ich stehe so. Das, ja, meine reine Vegetarierinsel, aber dafür ist hier irgendwie so ein, so ein Urgetier, so ein Riesen... Cool. So ein Riesenfisch irgendwie unter Wasser, oder, na, was heißt Fisch? So ein Riesendino unter Wasser. Da ist der Saurier... Äh? Habt ihr da was gebaut? Ja. Achso, da ist der Saurier, den wir als erstes gekillt haben, wo ich gesagt habe, das wäre ein epischer Fight. Das ist hier links der, mit diesem, mit dem dicken fetten Kolben hinten am Schwanz. Das ist doch der, das ist doch der, den sich, äh, Dirk jetzt gerade gezähmt hat. Die Dirk hat den Stegosaurus, sonst ist der mit den Stacheln am Schwanz. Achso, ist das ja, aber ich dachte, hier links ist auch so ein Ding mit Stacheln, oder nicht? Sag mal, da geht das am Mund? Kommt, komm mal mit. Lass uns hier Metall sammeln. Komm mal mit, Wixi. Haben wir das so bitte, oder was? Was denn? Dann können wir jetzt sonst eine Runde mit dem Hund gehen. Wir beschäftigen uns hier so lange. Wixi, komm mal kurz mit. Hier, ich bin der kleine. Wo ist er denn? Hier, der kleine. Das ist der, den der Dirk jetzt hat, der Stegosaurus, der mit den, mit den Stacheln am Schwanz. Ja, ja, ich dachte, ich, dass du den meinst. Und ich meine jetzt den hier, guck mal. Den, den habe ich mit dem Grave, das erste Mal mit Level 6 gelegt. Allerhöhlen haben wir eine. Das ist echt festgestellt. Aber wenn die erst zuschlägt, dann bist du platt. Ihr bin letztens runtergeflogen. Im Dunkeln. Mit diesem Lappen, hier. 5, oder? Wir machen vielleicht auch, Die, die, die hat natürlich... aber guck mal hier, die Art. Das ist so gewöhnlich. tiermäßig die die Wünter sogar Steiglote für können steigen mit dem Volkjorden das alles alles weiße Hei riesengroße weiße Hei er hat und eigentlich war hier noch das Urge-Tier unten mit drin also wirklich so ein Riesen-Teil das ist es so viel Heihe das war so groß wie ein Heihe zu sein Ja, da war doch grad hinten die Heilflosse. Von den großen. Ja, aber guck mal rein, Dürr. Guck mal hier kurz so am Rand. Da greifen die nicht an. Hier wird nicht runtergestürzt. Ja, beinahe schon wie heftig. Da ist doch das U-Getier, oder nicht? Eins, zwei, drei. Da war doch grad noch mehr gewesen. Dann ist es unter Wasser, Kamp 4. Ich kann die unter Wasser anschießen. Heftig. Der Armbrust. Boah, ist das heftig. Und das sind Haie. Ja, hab ich ja auch gesehen. So, wir wollen Eisenhauen. Ja, wo sind denn hier diese Eisenquellen? Oben auf dem Berg. Also, richtig oben. Also hier ist ja so eine Einrundung. Und genau oben, äh... Und da müsste man auch ein Auge draufhalten. Weil da müssen wir noch zu, äh, die Kristalle irgendwo sein. Hey. Ja, ne. Ah, hier ist es schon mal. Und so eine gelbe Steine. Hier habe ich schon einen Metallstein gefunden. Zack. Genau so ein Ding hier. Na, so ein Ding hier. Glaube ich jedenfalls. Sag mal, hau ich auch auf das Gelbe? Das hier ist das Gelbe. So ein Ding hier. Das Gelbe? Ja, so ein bisschen gelben Schimmer haben die mit drin. Meinst du, das ist der? Ja, ich habe jetzt schon... Acht Metallsteine habe ich... Also acht Metall aus dem Einstein. Wo hast denn du die Eisenspitzhacke her? Aus dem Witte-Laden. Cool. Kann ich auch Not herstellen. Und da hat recht. Ich haue hier gerade schon. Elf, zwölf, vierzehn, sechzehn, acht, elf, zwanzig, einundzwanzig, zwanzig. Aber jetzt glaube ich mache diese Spitzhacke nur, oder? Diese Eisenspitzhacke, oder? Naja, holt mehr raus, ne? Und schneller. Du dir die vom, vom, äh, Automatix. Ich baue dir eine neue. Hä? Ich habe doch keine. Ja, ne, das war ja deine. Ey, der Eis ist ziemlich nah am Bootseingang. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also bei mir, ich habe jetzt gerade mal auf einen von diesen Steinen gehauen, wo ihr gesagt habt, ich habe kein einziges Eisen rausgeholt. Ich habe den ganzen Stein kaputt geprügelt ohne Eisen. Also machen wir das mit der, glaube ich, mit der Spitzhacke am besten nicht. Mit der, ähm, mit der Steinspitzhacke. Dann holen wir vom Boot. Da liegt noch, in der, in der Dings liegt noch, äh, eine Metallne drin. Hast du gehört? Ja, war ich. Warte, ich, mach, ich, guck mal hier rein. Hier, wo ich gerade hingucke, da ist noch einer nach hinten. Endet irgendwie, Joss, hier. Ne, nicht. Hm? Da müsste noch ein Stein, einer von den Steinen liegen. Oh, habt ihr hier eine Base gehabt? Ah, ja, da, so. Ich will hier eine Base haben. Halbarm Base. Dann zähle ich mir so eine Metallbommel, Olaf, und dann macht der für mich die Arbeit, verstehst du? Ne, ganz einfach. Flug-Saurier, dann machst du eine Landebahn da, und dann können wir immer wieder hinfliegen. So, ähnlich. Braucht man für die Flug-Saurier eine Landebahn? Nein. Ja. Beleuchtete, Digga. Beleuchtete. Frau Kanzler, das guckt nicht immer über den Berg rüber, aber da ist noch ein Beleuchtete. Du bist eine Beleuchtete. Hier gibt es keine Spitzsacke, keine Eisenspitzsacke. Echt nicht. Da kommt eine wegbar? Kriegst du meine. Warte, in die Herkunft, die auch noch rufen? Was ist das auch noch? Hier ist aber nur Dings drin. Steine. Ich komme runter. Ich komme runter. Ich komme runter. Ich komme hier. Ich komme. Aber wem nicht. Das ist doch lustig. Die Metallsteine sehen hier auch total künstlich aus, irgendwie. Ja. Das war jetzt wieder zum Schiff. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme hier. Ich komme. Ich bin ein Stress hier. Wo ist denn der? Ich habe ihn auch zur Not eine Kraft. Das hast du eben schon mal gesagt. Hast du aber nicht gemacht. Aber die Wette gibt mir jetzt eine. Ha! Spider-Man, Spider-Man. Ich bin ganz taufrisch, aber... Hier, wenn du mit der Ansel fertig bist, kommst du mal locker mit 200 Metallen nach Hause. Ja. Wenigstens. Da sind die Fackeln in den Dreck gesetzt. Ich. Scheiße, ich bin auch schon ganz schön voll. Ich weiß noch, ich brauche überall Fackeln hin. Er wissen mich hier gerade, wir zurückgehen brauchen. Auf jeden Fall sind hier oben auch auf den Dingern, auf die... Ich habe hier jetzt gerade genug Baumaterial im Sammeln. Wenn ich das Schiff wieder finde. Einmal links lang dann, Pixi. Immer an der Kante entlanglaufen, an der Gefängniskante. Na, ich habe hier schon einmal nach links runtergeguckt und wenn man sieht, es geht tief runter, dann ist man nicht da, wo man hin will. Jetzt mal fast tot, aber doch fast richtig. Ja. Aber wenn ich hier noch so einen Stein find, dann zudem suche ich auch gar nicht auf eine Zeitlupe zurück. Das ist ja... Hab ich auch gemacht. Ich wollte nichts wegschmeißen. Nichts. Ne, ne. So sieht es nämlich aus. Mach ich ja auch gerade. Oh ja. Metall, Metall, Metall. Super. Ja. Oh, Metall. Cool. Wir können die großen Flitte herstellen. Mit Tod-Munition. Unsere Feuerwehr, wenn ihr wollt. Und wenn wir... Und wer befasst... Ach ja. Da war ja was, ne? Da war ja was. Du wolltest ja. Du wolltest es ja so. Und vor allen Dingen ist die Insel... Wollt ihr nicht gerade in den Rumi? Wollt ihr nicht gerade hier laufen sehen? Ich suche uns eine neue. Ich bin unschuldig. Ich hab jetzt keine Lust. Ach so. Und vor allen Dingen ist die Insel ja direkt gegenüber unserer ersten Base. Lustig. Aber das Gebiet ist so anders. Das Gebiet finde ich ein bisschen von den Gegnern auch ein bisschen irgendwie höher. Aber Wittchen, du hast dein Boot nochmal umgebaut. Kann das sein? Also irgendwie? Ja klar. Komplett umgebaut. Dann. Das war doch irgendwie mal alles irgendwie... Fenster und... Dann wollte ich irgendeine Schmiede reinbauen. Und hab die Etage fast fertig. Da fehlen noch zwei Dachteile. Da schreibt er. Nö, nö. Hier nix mehr dran. 90 Teile. Da hab ich alles weggefetzt. Bleib ab du Hannes. Alter. Was ist denn jetzt hier? Äh, du läufst hier gerade... Auf der Stelle. Ach so. Na ja. Gut. Dann ist wohl das Spiel gerade am... Feierabend sagen. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht kleinbleiben. Erst mal kurz... Erst kann ich dann kein E-Mail nehmen machen und sowas. Und dann... Äh, jo. Irgendwann entscheide ich das Spiel dann einfach mal auszugehen. Oder sag dann halt Time Out. Bin ich auch kurz davor. Eigentlich muss ich... Ich war ja schon im Boot, ne? Nehme ich mal an. Ja, du bist im Boot. Du bist unten bei dem Bett. Okay. Aber irgendwie hält das noch ziemlich lange. Aber ich kann schon nix mehr... Kein E mehr drücken irgendwo. Reagiert auf kein E. Oh, soll ich das jetzt ausmachen oder was? Kann ja auch. Oder fängt er sich vielleicht noch mal? Dann hast du einfach noch mal neu. Geht doch eigentlich richtig schnell oder nicht? Also mach ich einmal Exit, ja? Du bist doch... Hast du jetzt doch... Bist du wie du in deinem richtigen Rechner oder nicht? Ja. Und dann... Ich... 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 Also... Dieser Stress. Aber dieses Platz baut. Hier ist alles... Alles voller... Alles voller Brontosauren, ne? Alles voll. Auf der anderen Seite der Insel, übrigens. Was ist denn da gestrandet? Auf der anderen Seite sind es... Ich... Wie ist das? Drei? Drei Brontosauren auf einer Stelle. Und die machen kein Sex. Waren sie denn? Na, Bronto. Sieben. Baba. Was? Was ist denn das für ein Felschen, weißt du? Dann probiere ich das auch mal aus. In Roten, oder was? Ja, so ganz Roten. Der so ein bisschen auch so... Wirkt ja so ein bisschen wie so eine Art Kastall. Nee, das sieht aus wie... ...abgeengt. Das sieht aus wie ein riesengroßer... ...riesengroßer Köttel oder sowas, ja? Oh, ich kann dich nicht weglooten. Schade. Romisch. Das stellt sich voll freaky aus. Als ob der hier reingeschmissen worden ist. Versuch das nochmal. Ja, die Kastall waren auch, äh... Also die Informationen waren auch, äh... ...wo wir gerade eben drinnen waren. Ich glaube, wir haben alles gelootet. Ich finde nämlich keiner von diesen Steinen mehr. Wir sind auch oben ziemlich versteckt, irgendwo überall zwischen. Sind ja auch nicht nur große, sind auch meistens auch kleine. Irgendwann haust du einen großen weg, dann doch dreht da was auf. Was? Kann doch nicht sein. Human ist in der Nähe und klopft und arbeitet. Und ich merke das, weil ich Punkte bekomme. Und der lacht sich einen ab, weil er die ganzen Adern gefunden hat. Die geheimen Steine. Also ich habe jetzt die ganze Insel gerade umgelaufen. Nicht umgelaufen, sondern ich bin um die ganze Insel gelaufen. Oh, ich glaube, warte mal kurz. Bündel. 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 Wenn der gerade richtig gesehen hat, ist da noch eine Höhle. Eine Höhle? Ah, wer nicht richtig gesehen hat, den man noch freischlagen muss. Der Insel ist kleine. Man, du hast ja die Karte, glaube ich, ne? Mein Gott, ich sitze dich an, wie beim Frauentennis. Ah, das ist so eine Schmelze hier eigentlich? Nö, ne? Ja, eine tiefer. Okay. Dann teilt er wahrscheinlich da rein, ne? Mhm. Du darfst dann übrigens dein Mikro ausmachen. Okay. Sollte jetzt erledigt sein, oder? Klingt so, ja. Komisch, dass er das auf und an einfach mal wieder kriegt. Die Magie. Der Dirk, der krüppelt alles ab, ey. Wir fliegen nur auf Fetzen von Steinen. Oh, ich sehe nichts mehr von diesen einen Steinen. Einen Steinen? Ja, und zwei Steinen auch. Das ist immer noch wach, der Flo. Wo ist denn jetzt hier? Hallo? Mann, Mann, Mann. Was sagen denn? Was sagt denn die Kerzen? Sagt der ja nichts dazu? Boah, der Hai unter Wasser, der ist echt ganz böse. Und guckt auch ganz böse. Wenn der unter dem Brontosaurus unter die Beine zu, äh, geht, wenn die, wenn der gerade so da vor dir hinterher stürmt. Das ist schon spektakulär. 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 Ausloch, hast du hier hingekackt, ey. Aber bloß auf, du Vogel. Was meinst du damit? Meinst du mich? Ne, der Typ hat hier hingekackt, der fliegt Vogel. So. Dann hab ich den Animem schwer gegeben und dann ist er. Was machen wir? Fahren wir jetzt wieder at home? Ja. Ja, okay. Ah, wieder zurück? Okay. Ja, was ist denn jetzt noch zum abhauen? Steine kann ich auch vorher anders hauen. Also ich hab jetzt nicht viel. Ich hab nur einen einzigen Eisendienst geholt, weil ich ja mit meiner Spitzhacke nichts machen konnte. Mit der Stein. Und jetzt mit der Eisen hab ich nur einmal eingefunden. Na toll. Stimmt, ich hab oben noch in den Smitty Herz reingeworfen, ja. Und wie fährt sich das jetzt mal, ähm, bitte mit dem, mit dem hochgelegten Haus besser? Einmalig. Ja? Einmalig. Ja, sag mal, okay. Wie, war's denn hoch, wegen dem auf den Stangen jetzt? Oder wegen... Ja, ja, weil hat ja vorher, hat es ja ein komplettes Haus gemacht, auch unten rum. Und das hat gar nicht geklappt, weil man konnte nicht sehen. Alles drin? Ich bin drin. Wixwachs ist oben. Ich bin auch drin, oder? Ich hab grad noch Eisenerz jetzt gerade in die Schmelze mit reingeworfen. Ich hab nur 10, ne, 60 mal Eisen, also Metall gesammelt. Hast du die Schmelze schon rein? Ne, ich hab's nur in die Tasche. Keine Lust jetzt runter zu gehen. Äh, wieso bin ich jetzt nicht auch aus dem Boot raus? Weil du gerade einen Treffer hochgegangen bist in dem Weg? Ich hab' nicht an. Ich hab' vor der Schmelze. Okay, dann ist das eine Position, wo man glaube ich anstehen kann. Ja gut, ich hab' die Schmelze noch benutzt gehabt. Gar nicht? Äh, fahr ruhig, bleib' unten. Ich muss schon kusen, um so ein schönes Haus zu haben. Ja, dich auch. Und du kannst ja genau wie wirklich wie so ein Holländer überall mit dem Wumpfagen hinfahren und anhalten und Urlaub machen. Aber du meinst so, auf Boot auslocken ist nicht so gut, oder was? Das traue ich mir nicht. Ne, kannst du nicht. Weil wenn du jetzt auslockst, und der Witte fährt, fällst du vom Boot. Ja, du wirst sie auch durchbacken. Ja. Man muss einfach mal so ersäupen. Er packt ja selber durch die Foundations auch schon durch. Das würde also nicht mal was bringen mit Foundations hier. Aber wie heftig, ne? Wie heftig man schnell leveln kann in dem Spiel, dass uns die ganzen Sachen, die wir jetzt da drüben in der anderen Base haben, total uninteressant sind. Ein bisschen Holz, ein bisschen Stein, ein bisschen Flint. Das ist doch alles, hast du ja innerhalb von einer Viertelstunde jetzt gefahren. Das sagst du, dass ich jetzt gleich noch Leder farmen muss. Out. Für was? Weil ich muss für den Stimo noch den Sattel bauen. Achso. Wenn ich mal genau von oben runter guck, drück mal K, Wixi. Und dann so mal ganz raus mit dem Mausrad. Dann kannst du, wenn du von oben runter ins Wasser guckst, siehst du die ganze Wasser-Berg-Formation unter Wasser. Ja, auf jeden Fall mache ich mir eher Sorgen, weil die Schmelze läuft ja noch. Und Wixi ist ja, Wixi ist ja voll im Pfad. Es sieht aus, als würde hier gerade alles abwackeln hier drin. Naja, das gibt so voll die Feuerspur, ja. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, da unten ist auch ein fetter Fisch. Siehst den? Links oder rechts? Unter uns, ne? Na, jetzt hinter uns. Das ist ein Hai, glaube ich, ne? Das ist ein Hai, ja. Weil diese, diese abgefluchte Schnauz hat. Man kann natürlich das ganze Wasser total, äh, weiträumig, äh, gegucken auf die Art. Wenn du loslässt dich wieder nochmal, ja. Wie ist das denn, wenn ich jetzt, das könnte mir, glaube ich, der Markus vielleicht beantworten, wenn du jetzt links fahren würdest, einfach jetzt mitten aufs Meer, mitten ins Nichts, kommt da noch was, oder? Irgendwann, oder? Wanns ja nicht, hab ich ja nicht mehr ausprobiert. Ja, weiß ich nicht, weil du sagst ja, du guckst ja ab und zu ein paar Videos oder sowas. Ja, die sind da noch nicht so gut. Denk mal, das geht einfach nicht weiter, weil, guck mal, du siehst doch da hinten einfach eine Grenze. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, dass du vielleicht auf der anderen Seite der Karte wieder rauskommst. Mhm. Könnte sein können. Weil die Erde ja rund ist. Mhm. Aber hier zu Dino-Zeiten war es doch, war es doch noch eine Scheibe, oder nicht? Stimmt. Eine Scheide, ja. Deine Mutter ist eine Scheide, Alter. Das gibt, Dirk, deine Mutter? Kann das aber sein, dass deine Mutter eine Scheide ist? Ich weiß nicht, ob das da... Ah. Muss irgendwie so sein. Und haben wir eigentlich das letzte Mal einen T-Rex gesehen? Nein. Oh nie. Alles voll... Alles voll friedlich geworden, ne? Mhm. Jetzt putzt du aus den Baseball. Von allem Hausen. Ja, Markus passt doch auf, der alte Sniper, oder nicht? Ich hab keine Sniper, noch nicht. Ausrüstung ist doch alles hier. Oh, meine Witze. Es gibt so leichte Wege, links und rechts und überall, aber er muss mitten durch. Sieht auch echt lustig aus, so von oben, so das... Das wollte der Schettino... Das wollte der Schettino auch machen mit der Costa... Concordia. Hast du gesehen, was da passiert ist? Das ist alles wegen der Bitch. Könnte ich mal mithaben. Dabei hab ich mich so... so hässlich um Markus gekümmert. Tja, eben. Genau deswegen geht ab voll in die Hose. Ich hab dich gewärmt in der Höhle. Ich hab dich abgekühlt. Ich hab dich mit meinem Riemen umschlingelt. Der kam sogar wieder vor. Ich hab dir extra den schwarzen Ledergurt umgelegt. Er hat dich mit allen drei Armen umarmt. Der Hafen ist geschlossen. Hier kommt da nichts mehr rein. Bitte schaffst du das bis zum grünen Strahl noch? Weiß ich nicht. Na, ich krieg dir mal ein bisschen Mühe hier. Wir wollen hier noch ein bisschen... Noch ein gutes... Weil der weg ist. Der ist doch nicht weit weg, der ist doch da vorne. Da vorne, noch weiter, und noch weiter, und noch weiter. Da vorne ist er, da vorne. Seh schon, wir müssen, wenn wir das nächste Mal fahren mit mehreren Schiffen, dass dann ein Schiff als Transportschiff für die Dinos ist. Ein Flugzeugträger und ein Wohnschiff. Ja, kann man denn wirklich so einen Saurier auf so ein Floß bringen? Ja, du brauchst nur die Rampe und das Gericht. Aber die Rampe ist ja nicht bis zum Boden. Können die denn auch oft über die Kante? Weil die Rampe ist ja nicht bis zum Boden. Die Rampe ist tiefer als der Boden. Weg dem Dreck, wenn ich richtig parke. Okay, ach so. Ja. Bei Rampe überbrückst du drei Bände. Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt. Ich sag's nochmal. Guck mal, es sind sogar zwei grüne Pfeile da. Jetzt müssen wir da auf jeden Fall hin. Oder nicht hin. Hier zu weit weg. Wir kommen da oben rechts. Da hat jemand eine Wunderkerze gezündet. Oder ist das auch ein grüner? Das ist ein weißer Strahl. Rechts, ja. Rechts, ja. Das ist ein weißer Strahl. Kommen wir dann mal zu dem roten da oben. Zu dem großen Dreieck. Viereck, Pentagramm, Dingsbums. Obelisk. Da kommen wir aber nicht hin. Da brauchen wir glaube ich... Das ist doch irgendwie... Was ist denn das? Der Endgegner. Das ist... Der Endgegner. Ähm... Brauchen wir da irgendwas besonderes, um da rein zu kommen? Müssen wir da hoch fliegen? Wahrscheinlich. Äh, ich komm gleich wieder. Bist du hier richtig, Markus? Ähm, Markus, bitte? Ja. Markus, schieß mal hier so eine Rakete noch in die Luft. Wir wollen wissen, wo wir langfahren müssen. Habe ich nicht. Ich glaub, du bist falsch, bitte. Nein. Ey, der Witte weiß ganz genau, wo es lang geht. Jetzt hier rein? Was machen wir denn hier? Der Witte weiß ganz genau, wo er hin will. Ja. War früher ein nautischer Offizier. Er will eigentlich das grüne Licht nur möglichst weit umfahren. Eigentlich muss er da eigentlich dran vorbei, um nach Hause zu kommen. Aber er fährt jetzt absichtlich ganz rechts am Rand. Am liebsten würde er über Land fahren. Und hier vorne ist nämlich schon der Berg, dahinter ist unsere Bucht. Ist das unsere Bucht hier? Die nicht. Ach ja. Der Berg fällt jetzt gerade aus. Doch, das ist meine, das ist unsere, die Crystal von meiner Base. Das hab ich gar nicht erkannt gerade von der anderen Seite. Was lag denn das jetzt so? Ich wollte doch hier schon lange lenken. Wir voll in den Berg. Bumm. Ich dachte hier aus. Shit. Kann man auch, äh, so... Kann man auch immer hier dieses K drücken? Das wusste ich gar nicht. Mach doch alles. Mach doch alles. Hast du dich nicht eben? Hast du dich nicht eben? Nein, du kannst ja auch mit K nicht laufen, weil du kannst nicht damit lenken. Tschüss Leute, danke. Ach so, nacht's doch mal. Das grün ist schon mal. Das grün ist schon mal. Ne, da ist wieder so ein großes Wasser dazwischen nachher. Ne, da will ich nicht. Ne, ne, ne. Ne, das ist das erst, was ich gemacht habe, als ich gelandet bin. Überlegt mal. Hab du Fuß, äh, Boden durchgift? Ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ist das, das Ding hier neben eigentlich ohne sein Ding? Ja. War angekommen? Ja. 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 Gott. Ach du, das ist immer noch abschmelz, ne? Gut, aber es ist gut, dass die Schmelz anmacht. Was denn hier ist ne Affe? Hm. So ne Affe. Hier gleich ein bisschen Metall mit hoch, oder was? Oder nicht? Oder doch, oder? Na klar. Oder vielleicht. Aber ich sag jetzt erstmal, Gute Nacht Leute und bis morgen und übermorgen und irgendwann. Tschüss. Tschüss.